Hey und ganz herzlich willkommen zu diesem... Oh, ich dachte das passt, ne? Wenn man immer denkt, doch, man macht hier alles richtig. Wir haben leider nicht so viel Zeit. Ich habe eben noch eine Quest gemacht und ich dachte so, ja, easy. Kann ich nochmal kurz durchlesen. Die Quest, also ungelogen. Ich hätte safe 10 Minuten gelesen, wenn ich das weiter gelesen hätte. Ja, ich habe heute mein Wage-B-Pony. Ist es? Ja, es ist ein Wage-B-Pony. Ich habe auch alles drauf. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal gedacht, ich habe meine eigenen Hufeisen. Die hier, diese... Oh, ne, warte mal. Ah, ne, die sind auf dem anderen Pferd. Und deswegen habe ich mir die hier gekauft, weil ich dachte, ich habe aus Versehen beim letzten Pferdekauf meine Hufeisen einfach weggeschmissen. Aber habe ich gar nicht. Also alles gut. Aber puh, ich war kurz im Shop. Das sieht schon süß aus mit dem Isländer, ne? Gefällt mir mit der kurzen Mähne. Okay, ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn die Gruppen eingeteilt werden. Und, äh, ja, versuchen unser Glück, dass hier noch so viel los ist. Es ist 21 Uhr, aber ich glaube, die meisten haben... Es ist Wochenende, ja, okay. Aber die meisten haben auch, äh, glaube ich, noch Ferien. Und, äh, ich bin gerade auf Server 6. War ich ewig nicht mehr. Und ich hoffe, ich habe eine Chance. So, die Gruppen sind eingeteilt. Ich befinde mich in, äh, Championat Kruppe 1. Viel Glück, viel Erfolg, viel... Ne, warte, viel Spaß, viel Erfolg, viel Freude und viel Glück. Ha? Okay, wir, wir schaffen das definitiv ins Ziel zu kommen. Weil warum habe ich jetzt 999 Star Coins? Hä? Ich hatte doch letztes Mal 700. War ich jetzt wieder zwei Wochen nicht und dann? Ha. Das ist die große Frage. Okay, ähm. Ich hoffe, ihr könnt genug hören. Ich habe das jetzt so weit umgestellt, dass mein Spiel nicht mehr ganz so laut ist. Kann jetzt sein, dass es auch zu leise ist. Keine Ahnung. Ha! Lola! East Camp. Sag mir was. Ich war gerade kurz im Schock, weil ich dachte, ah, das ist, das ist eine Freundin von mir. Aber ich bin mir gerade unsicher, wenn eine Lola East... Und ich habe den letzten Namen nicht. Aber die kenne ich irgendwoher. Uah. Läuft gar nicht so schlecht gerade. Es war aber vorhin ein bisschen leggi. Habt ihr, glaube ich, auch einmal kurz gesehen. Deswegen hoffe ich mal, dass wir davon ein bisschen verschont bleiben. So, ähm. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr so als liebstes Champion hat. Also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich... Oh, schwierig. Früher hatte ich Silverblade, weil ich das wirklich cool fand. Und Feargrove, weil das halt mal was anderes ist wegen Regen und sowas. Aber das ist so schwer geworden, glaube ich. Kacke, jetzt ist keiner vor mir. Ich traue mich gar nicht so richtig. Aber wir schaffen das. Okay, hier und dann... Oh, ich habe es zum ersten Mal, glaube ich, richtig alleine geschafft. Weil sonst habe ich das immer nicht so abschätzen können, wo ich abspringen muss. Oh, es läuft gerade. Ungelogen. Richtig gut. Krass. Ähm. Also bis hierhin kann ich gerade das Ridge Pony sehr empfehlen. Ich komme gerade sehr gut mit dem hier zurecht. Ah, oh. Nein. Nein. Nur keine Zeit verschwenden hier. Wir schaffen das auch so ins Ziel. Ähm. Ja, das Rallye-Championat finde ich eigentlich auch ganz süß. Da gibt es halt auch ganz coole Abkürzungen. Nur hat man manchmal auf manchen Servern einfach überhaupt keine Chance. Aber ich glaube, das ist bei jedem Championat so. Ähm. Weil manche suchen das doch schon sehr hart. Und es gibt halt auch so Champi-Clubs. Und dann bist du echt aufgeschmissen. Also vor allen Dingen, wenn du das dann nicht regelmäßig machst. Ey, was ist denn hier los? Ich habe ewig nicht mehr gewonnen. Ich kann auch nicht. Ich habe voll den Abstand. Oha. Oh, ich bin gerade so proud. Ah, sehr cool. Ich kann euch das Ridge Pony echt ans Herz legen. Ich habe es nämlich letzte Woche erst. Oder diese Woche. Ich glaube letzte Woche erst ausgelevelt. Und dachte so. Ja, könnte man ja mal ein Champi mitmachen. Sehr, sehr cool. Wirklich cool. So, da kommen auch schon die letzten Leute ins Ziel. Ich habe übrigens gehört, die Quarter Houses wurden rausgenommen. Ich bin so traurig. Ich habe nämlich vergessen, da noch online zu kommen. Und dann konnte ich mir keins mehr kaufen. Ah, ich fand die so süß. Aber die haben halt richtig rumgepackt. Aber die haben halt richtig rumgepackt, leider. So, wir haben es. Doch. Es ist meine Freundin. Ich wusste es doch. Ich kenne den Namen doch, Mensch. So, auf dem ersten Platz befinde ich mich. Ich habe keine Ahnung, wo es da los war. Ich habe schon ewig lange dieses Champi nicht gemacht. So, auf dem zweiten Platz befindet sich die Dina Almond Moon. Herzlichen Glückwunsch. Und auf den dritten die Lola. Herzlichen Glückwunsch auch an dich. Ich wusste gar nicht, dass du auf Server 6 bist. Ja, ab Platz 4 kommt die Tiffany Elftalon, Frieda Overplayed, Diana Longtalon, Jane Spaceburn, Mariana Coolfly, Nura Springbell, Carolina Stoners, Cassidy Stormwave, Lucia Swordline, Stella Major Moon, Helene Saltburg, Maria Emerald Wood und Dilara Snowweaver. Herzlichen Glückwunsch an die, die keine Medaille bekommen haben. Die bekommen trotzdem 200 Jorvik Schwingen, was ich einfach nur sehr, sehr fair finde. Ah, sieh. Oh, mit herzlichen Glückwunsch. So, dann tauschen wir einmal die Schleife und gucken uns die mal ganz, ganz schnell an. Und zwar, wunderschöner Blick hier. Ja, ich finde die sehr, sehr grell in dem Goldton. Ich habe die ja auch so schon im Stall und muss sagen, dass es nicht so meine Lieblingsschleife ist. In Silber finde ich die mega schön oder in Bronze. Das ist halt so ein echt knalliger Gelbton. Ich finde den sehr schwer zu kombinieren. Allerdings finde ich die Schleife an sich echt ganz schön. So, warte mal, gucken wir mal. Wir würden 600 Jorvik Schwingen bekommen, wenn wir die verkaufen würden, was ich echt sehr, sehr stark finde. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat das Championat gefallen. Es wurde endlich mal wieder was. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Achso, und schreibt mir mal euer Lieblings, ähm, Championatspferd rein. Vielleicht habe ich dann ja nochmal was Neues. Bis dann. Bis dann.